Hallo, hier ist der Muho und der Stefan und der Dirk aus dem Wolkentor in Halle. Ich werde manchmal gefragt, wie man zum Sennmeister wird und dann sage ich das ein bisschen so, wie man Prof wird an der Uni. Die Studenten, die was drauf haben, die schaffen den Absprung, spätestens nach dem Bachelor oder nach dem Master. Aber die, die zu nichts zu gebrauchen sind, die haben irgendwann ihren Doktor und dann sind sie Professor. Und so wird man dann auch Sennmeister, wenn man den Absprung nicht geschafft hat aus dem Kloster. Jetzt würde mich mal interessieren, Stefan, wer bist du und wie bist du zu dem geworden, der du bist? Wer bin ich? Das ist jetzt eine Sennfrage. Also ich versuche das mal ganz profan auf dem normalen, professoralen Weg. Also du bist Professor oder wie? Ich bin tatsächlich Professor. Warum? Wie bist du zum Professor geworden? Ja, das frage ich mich auch. Oft war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich ein richtiger Professor bin, aber nachdem ich jetzt im Ruhestand bin, aber trotzdem den Titel noch tragen darf, bin ich jetzt entspannt damit. Professor für was? Informatik. Informatik, konkret Bioinformatik. Ich war auch hier drei Kilometer, fünf Kilometer weg in Halle, da war ich an der Uni. Also normale Informatiker, die arbeiten am Computer und Bioinformatiker. Du arbeitest nur mit Radieschen und Sauerampfer oder was ist denn Bioinformatik? Bioinformatik. Was ist Bio daran? Bio ist daran, dass wir, also ich bin wirklich ein reiner Informatiker. Als ich studiert habe, gab es wirklich nur wenig Studiengänge. Ich habe 78 angefangen zu studieren und die Bioinformatik, was ich gemacht habe, wir haben mit Biowissenschaftlern oder Lebenswissenschaftlern zusammen Bier, ja auch Bier. Hast du was mit Terminatoren zu tun? Also ich versuche mal hier eine akademische Ernsthaftigkeit reinzubringen. Ich hatte tatsächlich mal ein Projekt, also das ist nicht wirklich geworden, aber eine Anfrage mit jemandem von der Weinanbau zu arbeiten. Das ist leider nichts geworden, aber Bier ist auch okay für mich. Okay, zurück zum Thema. Wer bist du? Wer bist du? Ja, alles werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber ich bin eben hier an die Uni gekommen, bin ich berufen worden als Professor 99, so bin ich nach Halle gekommen. Ja, zu dem Werbprofessor wird, das lasse ich jetzt mal, oder warum, das lasse ich jetzt mal so stehen, was du gesagt hast, würde ich mich jetzt natürlich nicht trauen zu widersprechen hier, wenn ich jetzt heute zwischen Zen-Meistern eingekalt bin. Ja, und dass ich hier nach Halle gekommen bin, das hat mich letztendlich ins Wolkentor gebracht. Du bist jetzt schon seit zwölf Jahren da, habe ich gehört? Ja, ja, ein bisschen, doch ja, seit zwölf. Nein, Dirk weiß das immer ganz gut, weil unseren ersten Termin hatten wir hier, hätten wir gehabt, der ist aber ausgefallen, weil dann gerade Willi geboren worden ist, das zweite Kind der Sohn. Zwölf Jahre, genau. Genau, zwölf Jahre. Aber erzähl doch mal, dass du eigentlich nicht zum Zen kommen wolltest. Das ist ja vielleicht, also man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt gerade, wir verabschieden uns gerade, Muho fährt heute von so einer Deutschlandreise, der letzte Termin war jetzt mit dem Wochenend-Session und der Stefan, der war jetzt ja Jigijitsu, das, was letzte Woche Martina gemacht hat. Die saß ja auch mit uns da auf der Terrasse. Aber vielleicht, das interessiert vielleicht die Leute, die vielleicht auch ein bisschen Angst vor Zen haben. Bei dir war es sehr ähnlich, ja? Erzähl mal. Ja, ich fand das vor allem interessant, so im Nachhinein die Geschichte, meine selber Geschichte, nochmal richtig nachzuvollziehen. Das war tatsächlich vor, ich würde sagen, zwölfeinhalb Jahren, wo ich aus jetzt inneren Gründen gedacht habe, ich sage mal platt, ich will mehr sitzen. Und mehr sitzen war jetzt bewusst oder unbewusst, ich sage mal, die große Frage des Lebens oder wie auch immer wir formulieren wollen. Aber für mich war das wirklich, ich will mehr sitzen. Und das habe ich auch eine Weile gemacht, ein paar Monate. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, das führt nicht weiter. Was führt mich nicht weiter? Oder ich habe gedacht, es fehlt was. Und habe gedacht, ja, ich will mal jemanden suchen. Und gefunden habe ich dann Dirk, der inzwischen auch mein Lehrer ist. Aber aus Wolkentor bin ich gekommen über einen Flyer, den ich im Bioladen hier gefunden habe. Und da stand aber nichts von Zen, sondern von Ruhepunkt, Burnout-Prävention und so. Ich weiß ja nicht, ob du deinen Burnout verhindern wolltest oder tatsächlich meinen. Ich weiß auch schon, wie die Mechanismen so sind, um die Seelen zu fangen. Das ist von langer Hand geplant. Und ich blubber jetzt über meine Story hier. Das ist auch ein Ding. Ja, und dann habe ich Dirk angerufen, obwohl ich schon gewusst habe, dass es nicht das, also ich hatte damals auch nicht das Gefühl, eine Burnout-Prävention zu brauchen. Ja, und ich sage das jetzt einfach mal, dieses erste Telefonat, das war total nett. Total. Ich fand das total schön. Du hast gesagt, nee, wir können lieber später telefonieren, weil ich bin gerade mit meiner Tochter auf dem Spielplatz und das ist mir gerade wichtiger. Das fand ich total klasse. Das habe ich gesagt. Ja, das ist mir hängen geblieben. Ja, und dann bin ich hier eben zum Ruhepunkt gekommen. Erst das war sehr luxuriös. Wir waren da oben im Seminarraum, wo jetzt Apartments sind und da Dirk gerade den Ruhepunkt aufgebaut hat und ich der erste Kunde war, hatte ich wirklich das Vergnügen, den Luxus einige Wochen so eine Eins-zu-eins-Betreuung zu haben. Wir haben ein bisschen gesitzt, so ganz bequem eine Viertelstunde dann zwischendurch aus dem Fenster schauen und solche Sachen. Gab es auch Massage oder sowas? Ja, das kam dann später. Doch, hatten wir auch am Wolkentor Massage. Sensbar hieß der Laden, sensbar. Gut, aber zurück zur Reihenfolge. Also ich muss hier akademisch den Faden halten. Ja, also Ruhepunkt war echt cool und dann gab es aber manche Wochen, wo Dirk gesagt hat, nächste Woche ist kein Ruhepunkt. Und so im Nachhinein denke ich, dass hier Sessions waren. Genau. Deswegen wollte er uns nicht bedienen. Und dann hat er uns aber angeboten, ja, ihr könnt einfach am Donnerstag kommen und zwei Stunden mitsitzen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil mir der Ruhepunkt damals wirklich wichtig war. Also nicht die Burnout immer noch nicht, aber der Kontakt mit dir. Wir waren dann, glaube ich, zu zweit oder zu dritt. Aber das war schon schräg dann. Also für mich. Das Session. Das Session. Also hier unten dann so waren viele Menschen schwarz und war so, also sehr ein bisschen spaßig, was ich gestern oder vorgestern selber unseren Teilnehmern, Teilnehmerinnen beigebracht habe. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Und dann war ich später, ich denke, eineinhalb Jahre später hast du gesagt, nee, Ruhepunkt will ich jetzt doch nicht weitermachen, das höre ich auf. Aber die paar Leute, die da waren, auch Stefanie, die jetzt noch hier ist, die auch mit uns zusammen ordiniert worden ist im Juni, hast du gesagt, ja, wir können zum Donnerstag zum Zen kommen. Und für mich ist es tatsächlich so, ich denke mir oft, wenn neue Menschen kommen, also ich habe auch eine Weile hier am Donnerstag mitgesetzt und das mal eine Weile auch geleitet, wenn jemand kam und noch nie was gemacht hat. Und dann drei Runden ab 25 Minuten plus Rezitation, das finde ich schon krass. Also für mich wäre beides so von 15 Minuten auf drei volle Runden. Und ich musste mich, also das wäre schwer gewesen und ich musste mich, ich meine, ich war damals auch nicht mehr ganz jung, also zwölf Jahre jünger als jetzt oder elf, also verrate ich jetzt nicht. Ja, für mich war das ein guter Weg. Und von daher finde ich auch diese Idee, diese Einführungstage wieder, wieder anzubieten, die du dann gibst, die ich jetzt dann. Also, genau. Jeder, der Lust hat, sich mit Meditation zu befassen, der ist dann eingeladen, im nächsten Jahr wird es Einführungstage mit der Martina, die ja schon letzten Satz und dem Stefan, zwei ganz nette Leute. Also die werden euch dann empfangen und auch einen Tee kochen und einen Ruhepunkt finden und so weiter. Also, ja, das ist alles nicht so knorrig und albern und so martialisch, wie es aussieht, sondern im Hintergrund befinden sich auch noch echte Menschen. Menschen mit Struktur. Ja, schnuppert rein. Also, Wolkentor mitten in Mitteldeutschland. Hier gibt es Buddhas und Bodhisattvas, die sich treffen. Also, Muho, nochmal danke für die drei Sessions, die wir gemacht haben. Ja, das war jetzt das Wochenende, geht es zu Ende. Und morgen früh fährst du, fliegst du wieder nach Japan zurück. Ja, übermorgen, übermorgen früh. Und du freust dich auch schon wieder zu Hause zu sein. Ja, ist dann auch mal schön, wieder weg zu sein aus Deutschland. Aber ich freue mich dann wieder hier zu sein. Also, nächstes Jahr 2024 ist schon geplant mit dem Dirk, sowohl hier in Halle als auch im Felsentor in der Schweiz und in Heilbronn werden wir sein. Die Termine, die findet ihr auf der Website vom Wolkentor oder auch auf meiner. Ja, und Stefan, danke für auch deine Betreuung während dieser zwei Wochen. Und ich bin Wolkentor. Du, du bist Wolkentor. Das ist das Gute. Ach, ich bin Wolkentor. Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass du Wolkentor bist, dass wir dich jetzt so, dass wir dich jetzt so komplett einverleibt haben. Okay, müssen wir noch dran arbeiten.